American Dad liebt es. Ich hab noch was in meiner Tasche für dich. Die Jungs von South Park können an nichts anderes denken. Was geht denn da unten ab? Oh, du geiler Stechern-Dum. Und bei Bob's Burgers können sie nicht genug davon bekommen. Oh ja. Bist du bereit für eine abartige Nummer? Sie alle tun es. Also, lasst es uns tun. Heute 21 Uhr. Cartoons nur für Erwachsene. Auf Comedy Central Plus 1.